So, da haben wir hier wieder Benni, hier mein Hater, Hater, Entschuldigung, Ayla war Modepüppchen, warum sind immer die gut aussehenden Modepüppchen, Bethany, macht irgendwas mit Medien, was habt ihr denn gesoffen? Aha, gut, dass ich das gemacht habe mit dem Schlafengehen und dem Essen, da habe ich ja ausnahmsweise mal mitgedacht, so einen professionellen Kommentar und singen Kommentar, wir brauchen noch Nachbearbeitung und wir gehen mal, komm wir machen mal Sound ein bisschen höher, was kommt jetzt? einen lustigen Kommentar, um das Skript ein bisschen anzuheben und einen professionellen Kommentar und keine Ahnung, was für einen Kommentar, ähm, komm wir gehen hier ein bisschen nach Bearbeitung und Schauspielern und ein hübsches Ende, eine Winklingfarbe, okay, 7, 14, 7, 6, 6, das ist doch nett, so, One Punch Man, wie heißt der Typ? Okay, Quinten, kochen, okay, wir reden wieder ein Stück mit Chloe, danach posieren wir auf die Presse und hauen dann auch ab, nein, 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 nicht posen, danach, Pass auf, wir haben innerhalb von zwei Tagen 5000, ne, fast 10.000 Abonnenten gemacht, ne, wir haben über 10.000 Abonnenten gemacht, pass auf, wenn ich jetzt dahin gehe, dann wird er wieder sagen, dass ich noch nicht bekannt genug dafür bin, ja, ja, ist schon klar, Kollege, so, was sagt er jetzt? Ich bin gespannt, ja, genau, ich bin noch nicht wirklich bekannt, ist klar, okay, wollen wir mal den Vlog wenden, warum habe ich da minus 305, ich frage, ich frage, ich frage, kann ich erst mal, äh, wie gehen wir in die Stereo oder Omni-Ausgabe, einmal Vlog bitte und dann schneiden, ich nehme die Schnipp-Schnupp, geht es so besser? Ähm, ich glaube, ich nehme das so, so, schon wieder eine Präsentation, Warte, 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 ich will dich reparieren, okay, 80 müssen wir zahlen, okay, bei den ganzen Arbeiten habe ich vollkommen übersehen, dass wir noch Miete zahlen müssen, feierlicher Schei, hm, ha, hey, ich kenne dich doch, dich kenne ich doch, du bist doch hier die, ich hatte den Namen schon wieder vergessen, Chloe, Chloe, ein Action-Bee für, äh, äh, ich kann nicht mehr reden, Action-Bee für die Z-Box 260, das wäre so wieder gut, alles klar, und es kostet wieder ein halbes Verwögen, oh, 3. April, wir haben den ersten, glaube ich, ne, denn die Miete angegangen ist, haben wir den ersten, ok, wir sind innerhalb von vier Monaten auf 100.000 Abonnenten besprungen, Tja, leider ist es so dass es nicht so einfach geht Guck mal, guck mal Wir haben hier Bear Grylls Bear Grylls Der macht auch irgendwas mit Medien Keine Ahnung was Ich geh mal, ich hab Angst vor den Leuten hier Chloe Hier, hast du gut gemacht Fand ich voll cool Ja Ja, hast du echt gut gemacht Ich muss echt sagen Ich find dieses Reden mehr als Anschreck Entschuldigung Jetzt hätte ich schon fast wieder vergessen Ich bin eigentlich der Typ Der Vlogs von jeder Messe Und jeder Veranstaltung machen muss Was haben wir noch Einen mörderischen Blick Danach einen sinnlosen Kommentar Oder Nyan Cat Nee, natürlich nicht Einen unlustigen Kommentar Dann einen professionellen Kommentar Äh, ich guck hier nach Nachbearbeitungssound Schauspieler Skript Wir brauchen noch Skript höher Wir brauchen noch Nachbearbeitung höher Geh ich mal so drauf Verabschiedung mit Kuss Hätte ich das gewusst Hätte ich wahrscheinlich erst Skript genommen Okay Wie sich alle zusaufen hier Na und, immer noch nicht bekannt genug Ich hab an einem Tag 3.000 Abonnenten hier noch Ey, der sollte repariert werden Was ist los hier? Ach Gott, und ich muss dann auch dringend Wenn wir jetzt mal die ersten Sachen abgearbeitet haben Ja, wir haben keine Geldabträger mehr Sehr gut Nächste Vlog Hochgeladen Was sieht denn hier aus? Was für ein Narr Voll gut Die Beleidigung Skylar Hey Skylar Du fandest Ich fand dich so cool Skylar ist anscheinend Batman So, ähm Wir machen hier weiter Auf jeden Fall Muss das so sein Ähm Das muss so sein Und Das Kann so sein Und dann passt das Da haben wir nur einen roten Und zwei fehlende Übergänge Sieht gut aus Yeah Einen langen Kommentar haben wir freigeschalten 12 Punkte braucht der Krasser Scheiß So, ähm Natürlich können wir jetzt trotzdem Nichts Nichts machen Dessen werden wir dann Mal kurz arbeiten gehen Bin auch geöffnet So, mal ganz geschillt arbeiten In der Zeit ist hoffentlich auch der Vlog gerendert Und auch hochgeladen Ja, so läuft das halt auch ungefähr bei mir Heißt, ich bin echt die ganze Zeit Beschäftigt eure Kommentare zu lesen Du bist auf meiner Seite Du weißt gar nicht noch, wer das Video gemacht hat Und, äh, immer wenn es halt gerade rendered hochgeht Oder sonst irgendwas Äh, schlafe ich meistens tatsächlich Ich nutze die Zeit wirklich voll aus Äh, schlafen Oder ich mach so ein Zwischen den Folgen Irgendwas Als der Verkäufer geht fragst du dich Ob das ein cooles Geschäft oder ein Abzeuger war Ich weiß nicht so ganz wie das Äh, ich würde es glaube ich auch gar nicht wissen So, wir müssen, äh, einkaufen Ich hab bloß gedacht Ich mach das jetzt mal lieber so Weil ich war das letzte Mal uns genau Oder weil ich mich das letzte Mal genau anders entschieden hab So, ich bin nochmal aufgerissen Ja Weiß das Gehäuse Nee Fünfhundert Ja, du kannst gerne spielen Aber nicht an meinem Rechner Was haben wir denn noch Hier, das brauchen wir dringend Neue Webcam wäre nicht schlecht Und die Kopfhörer, die machen ja nichts Deswegen würde ich die auch erstmal lassen Weil es halt meine Kopfhörer sind Und ich finde Ich finde das eigentlich Frechheit Weil das ist das beste Headset Was ich bisher hatte Und es ist einfach genial Weil man alles einstellen kann Und es ist einfach Also ich bin ja nicht viele Produkte geil Von Rizzle, ja Auch weil ich Rizzle viel nutze Aber dieses Headset Das ist echt genial Und ich mein, dass ich hab das schon über fünf Jahre Und die geben mir immer noch garantiert auf Die wechseln mir kostenlos Die, die, diese Ohrmuschelteile Diese, diese Wattepads Wenn die kaputt sind Das macht schon echt Spaß Bei Racer Die verstehen was davon Was sie da machen So, ich möchte gerne noch was essen Bevor mein neues Zeug ankommt Ah, jetzt war ich nicht ganz einkaufen Ich wollte noch mehr einkaufen Ja Na cool, machen wir erstmal ein neues Gangvideo Dann können wir ja vielleicht noch Ähm Wir gehen nochmal Ne, bevor wir alles machen Wir gehen wirklich nochmal was einkaufen Und dann hole ich mir vielleicht noch ein paar Sachen bei Ideia Ein Ventilator ist gut Was heißt, wir schmeißen einfach das ganze Geld mal Das ganze Geld mal raus, was wir haben Zwein Den Wäschekorb brauche ich dringend Mario Regal In roten Teppich natürlich Und ein Poaster Ist ja klar Oh mein Gott Das ganze schöne Geld Ähm Einkaufen Das war noch nicht fertig Ich gehe mal raus Warum ist halt Klamottenladen zurzeit nicht verfügbar Warum? Ähm Nein, wollte ich gar nicht Amazing on Was kann denn zuletzt raus Wir haben den 6. April Family Warriors 6. April April Normals So Dann kaufen wir uns dieses Spiel Und werden dieses Spiel spielen Ich werde jetzt mal probeweise Auch wenn ich damit ja schlechte Erfahrung gemacht habe Ruheweise dieses Spiel Gleich so mal ausprobieren Oh, wir haben eine Lavalampel gekauft Das ist mir gar nicht aufgefallen Äh Ich brauche kein Lass sie reden Das, was die erste sagen Lass sie reden Okay Wir kriegen die ganze Zeit Regale Will ich noch etwas essen gehen Brauche ich, dass ich das neue Gaming Video aufnehme Noch ein Deppich Noch ein Poster Das müsste jetzt auch sein, oder? Ja Wir wählen Family Warriors Wir machen davon Wie gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus Eine Preview Wenn es jetzt als angezockt gilt Wissen wir Bescheid Wenn nicht Natürlich blöd So, Full-AT-Auflösung Wir können einfach mal mehr auswählen Das ist doch schon mal ganz nice Top-Schutz Omni-Aufgaben nicht Und wir probieren es einfach mal Wenn es jetzt schlechte Kritik hagelt Werden wir es nicht mehr probieren Ja, genau Natürlich Nämlich nur Geschütztes Material So, außerdem Einen wütenden Kommentar Für einen Spielausschnitt Warum auch immer Ähm, dazu kommt noch Nichts Ich will nichts auswählen Das ist nämlich der Trick Pass auf Wir können es einfach warten Und nichts auswählen Denn Äh, dann wird die Karte einfach so hinzugefügt Ohne, dass wir irgendwas verbrauchen Da ich die Teile gerne hierfür verwenden möchte Wir können bloß sowieso Sex in unsere Videobearbeitung Äh Einfügen Deswegen Nehme ich jetzt das In der Hoffnung Dass jetzt als nächstes So eins kommt Oder auch nicht Ist aber auch nicht so schlimm Wir können jetzt Ähm Was brauchen wir noch Wir gehen mal hier drauf Vielleicht kommt jetzt noch irgendwas cooles Ein Absparn Okay Sehr gut Wir sind damit durch Äh Verweigern Okay Okay Was möchte er Für DALPC Indien Bank Baking 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 Wir können das backen Wir backen etwas So und jetzt passt mal auf Erstmals praktisch das Und das ist also drin Wir nehmen erstmal alles andere rein Hier Mischen das dann durch Lustigerweise sieht es schon so ganz gut aus So wir haben hier einen Übergang 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 So dann nehmen wir das rein 18 17 14 1429 Wir brauchen hier noch was höheres Einmal rendern Und es sind über 1000 Oh krass was jetzt hier alles dazu kommt Einmal schlafen bitte Indian Baking Vor dem 15. April Gameplay Passt mir ganz gut Äh Wir werden was essen Äh Wir essen ein Sandwich Mh 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 Mh